Der Rentenabschlag steigt im Jahr 2024 weiter an. Vorzeitig in Rente gehen kann ganz schön teuer werden. Mein Name ist Peter Knöbbel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, im Jahr 2024 werden wir in Sachen Rente wieder ein Rekordjahr haben. Wir erwarten oder ich erwarte einen deutlichen Anstieg der Rentenanträge und auch der bewilligten Altersrenten. Also wir bewegen uns dann langsam aber sicher so in dem Bereich von über 900.000 bewilligten Altersrenten. Die meisten Renten gehen, die meisten von uns oder von Ihnen gehen aber vorzeitig in Rente mit oder ohne Abschlag. Wer aber mit Abschlag in Rente geht, muss sich diesen teuer erkaufen, denn die Abschläge bei Rentenbeginn im Jahr 2024 sind wieder gestiegen. Ja, und um welche Rente geht es da? Es geht natürlich nicht um die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, die hat keinen Abschlag. Es geht um die Altersrente für langjährig Versicherte, die man also bei einer Wartezeit von 35 Jahren mit Vollendung des 63. Lebensjahres erreichen kann. Ja, und das Problem ist bei der ganzen Geschichte, dass der Rentenabschlag seit 2012 für jeden späteren Geburtsjahrgang ansteigt. Und das hat was mit der neuen oder mit der Regelaltersgrenze 67. Lebensjahr zu tun, die ja ab dem Jahr 2012 gilt. Entscheidend ist also noch die Höhe des, entscheidend ist für die Höhe des Abschlages, ist der Zeitraum vom erstmaligen Rentenbeginn der Altersrente für langjährig Versicherte bis zur individuellen Regelaltersgrenze. Und so war es zum Beispiel so, das habe ich mir mal in der Statistik angeguckt, dass der Geburtsjahrgang 1952 damals noch ohne die geltenden Vertrauensschutzregelungen mit einem Abschlag von 10,8% davon gekommen ist. Mit dem Vertrauensschutz waren es noch 9%, wenn er oder sie mit 63, Geburtsjahrgang 1952 mit 63 in Rente gegangen sind. Versicherte, die 1964 geboren sind, die werden richtig viel Geld in der Rentenversicherung lassen. Also deren Renten werden ordentlich gekürzt bei vorzeitigen Rentenbeginn, denn der Abschlag in der Rente beträgt dann 14,4%. Das ist das Maximum ab Rentenbeginn 63. Lebensjahr. Und dieser Zeitraum, Rentenbeginn 63. Lebensjahr, wird dann für die Geburtsjahrgänge 64 bis zum 67. Lebensjahr berechnet, weil der Geburtsjahrgang 1964 erstmals nur mit 67 in die Regelaltersgrenze gehen kann. So, wie sieht es jetzt aus im Jahr 2024? Da haben wir einen Abschlag von 12,6%. Das heißt also, wer 2024 erstmals in Rente gehen will, der muss natürlich das 63. Lebensjahr vollendet haben und hier praktisch 35 Jahre Wartezeit in Anspruch genommen haben. Beispiel, wer am 01.01.1961 geboren ist, kann zum 01.01.2024 in die Altersrente für langjährig Versicherte mit 12,6% Abschlag gehen. Die Regelaltersgrenze erreicht der Rentner in diesem Beispielsfall zum 01.07.2027 und der Zeitraum für den Rentenabschlag, der berechnet sich vom 01.01.2024 bis zum 30.06.2027. Das ist der Abschlagszeitraum. Das sind genau 42 Kalendermonate und wir wissen, für jeden Kalendermonat vorzeitigen Rentenbeginn bei dieser Altersrentenart gibt es 0,3% Abschlag. Macht also für 42 Kalendermonate mal 0,3 genau diese 12,6% Abschlag. Wenn man sich das dann mal in Mark und Pfennig anguckt, können Sie davon ausgehen, wenn Sie eine Bruttoaltersrente von 1.500 Euro hätten, im Normalfall bezogen auf die Regelaltersrente oder Rente mit Standspeicherung meinetwegen 31.12.2023, werden Sie dann bei 12,6% Abschlag genau 189 Euro weniger an Rente erhalten. Und das ist genau das, um was es mir hier in diesem Beispiel geht, dass doch viele von Ihnen, die in die vorgezogene Altersrente gehen, hier ihren Rentenbeginn wirklich mit viel Geld, mit teurem Geld erkaufen. Das heißt also, Sie bekommen eine geringere Rente und die werden Sie ein Leben lang behalten. Sie werden diesen Abschlag ein Leben lang behalten und können dafür aber letzten Endes früher in Rente gehen. Ob das für Sie dann wirtschaftlich gesehen auch Sinn macht, das ist eine völlig andere Frage. Aber ich gebe zu bedenken, die Rentenleistungen in Deutschland sind nicht so riesig, massig hoch. Wir wissen, wir haben im Schnitt bei den vielen Millionen Altersrentnerinnen und Rentnern einen Netto-Rentenbetrag monatlich von 1.050 Euro. Bei Altersrenten für besonders langjährig Versicherte und Altersrenten für langjährig Versicherte, wenn man diese Kohorte zum Beispiel zusammenfasst, da ist der Netto-Rentenzahlbetrag natürlich deutlich höher, aber insgesamt doch schon immer noch sehr gering. Und Sie wissen, das Leben in Deutschland ist nicht billig, es ist teuer und deshalb muss man sich das wirklich zweimal überlegen, ob man in die vorgezogene Altersrente mit Abschlägen gehen will. Also, es kann ein teurer Spaß werden, aber letzten Endes, Sie können auch mit 63 sagen, gut, das war's und ich habe dafür Lebenszeit gewonnen. Wer 2025 erstmals in die Altersrente gehen will für langjährig Versicherte, der muss dann statt 12,6 Prozent schon 13,2 Prozent auf den Tisch legen als Abschlag. Das ist auch eine Menge Holz. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.